Hallo und herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Dieses Video jetzt ist Teil von einer Serie, 10 Gründe warum. Und mit dieser Serie möchte ich dir helfen, dein Tier besser zu verstehen. Und ich gehe in dieser Serie auf die häufigste Probleme beim Hund, bei der Katze und beim Pferd ein. Und wir schauen uns gemeinsam die Ursachen für diese Probleme an. Es ist nicht so, dass es immer ein Problem nur wegen einer Ursache entsteht, sondern es können so viele verschiedene Ursachen sein, die machen, dass es zum gleichen Problem kommt. Und wenn du deinem Tier helfen willst, aus diesem Problem rauszukommen, musst du zuerst herausfinden, welche Ursache trifft denn bei deinem Tier zu. Und dann erst wirst du auch die Lösungswege finden. Und das Thema, das wir uns heute anschauen, gemeinsam, ist, wenn dein Pferd beim Putzen nicht ruhig stehen bleibt. Also du willst dein Pferd putzen, du nimmst es aus der Wiese raus oder aus dem Stall raus, bindest es an, willst es putzen und das Pferd dreht sich immer wieder um, geht nach vorne, schert vielleicht mit dem Fuß, aber es bleibt einfach nicht ruhig in der Zeit, wo du es putzen willst. Was können dafür die Ursachen sein? Eine Ursache, die eigentlich sehr oft der Fall ist, der Ort passt nicht. Da, wo du dein Pferd anbindest, fühlt er sich nicht wohl. Es kann sein, weil gleich daneben ein sehr dominantes Pferd steht, das ihn dann energetisch oder auch mit der Körpersprache irgendwie bedrückt. Es kann sein, dass er zu nah bei seinem guten Freund ist, mit dem er dann spielen will oder zu weit weg vom guten Freund und sie haben schon Trennungsangst, weil sie so weit weg sind voneinander. Es kann sein, dass du zu nah beim Futter bist, zu nah beim Gras, zu nah beim Heu, dass du an einem Durchgang bist, wo du einfach nicht zur Ruhe kommst, weil ständig eine Tür auf oder zu geht. Also einfach, der Ort an sich passt nicht. Also das ist das Erste, was ich machen würde. Wenn dein Pferd unruhig ist beim Putzen, versuche einfach mal verschiedene Orte, verschiedene Stellen im Stall, auf der Wiese, wo auch immer du bist, also an verschiedenen Orten anzubinden und schauen, ob es da schon besser geht. Und wie gesagt, das ist eigentlich die häufigste Ursache, dass einfach der Ort an sich nicht passt. Eine andere mögliche Ursache, warum dein Pferd nicht ruhig ist, nicht ruhig stehen bleibt, wenn du es putzen willst, ist ganz einfach, dass es Hunger hat. Ganz, ganz, ganz einfach, dass das Pferd, du bindest es halt relativ nah beim Heu an oder bei der Futterkammer oder wo Gras ist und es will halt da unbedingt essen gehen. Sollte es nicht, es sollte natürlich respektieren, dass es jetzt geputzt wird und so weiter. Aber trotzdem, das kann auch eine Ursache sein, dass es jetzt lieber essen würde, als geputzt werden. Also halt das einfach nur im Kopf, dass es sehr gut sein kann, dass es einfach nur Hunger hat. Kleine Ursache, aber trotzdem wichtig zu erwähnen. Eine andere Ursache, die sein kann, warum dein Pferd sich nicht in Ruhe putzen lässt, es kann Schmerz haben. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Es kann wirklich körperlicher Schmerz sein, Muskelkater, Muskelverspannungen, wirklich etwas im Körper an sich, Bauchschmerzen, wirklich körperliche Schmerzen kann es sein. Es kann aber auch sein, weil das hatte ich auch mit meinem Pferd, dass es deine Bürste nicht mag, weil diese Bürste ihm weh tut. Da erinnere dich bitte dran, ein Pferd spürt, wenn eine Fliege auf seinem Fell ist. Und wenn du dann mit einer Metallbürste kommst und so richtig fast schrubbst eigentlich das Pferd, ja, es ist nicht unbedingt angenehm. Einige Pferde lieben es, wie einige Menschen auch sehr gern kräftig massiert werden, aber für andere Pferde ist es wirklich mit Schmerz verbunden und dann verkrampfen sie sich und dann wird es noch mehr Schmerz und so weiter. Also schau mal, wenn du auch andere Bürste nimmst, die etwas sanfter sind oder du gehst einfach ein bisschen sanfter mit der Bürste übers Pferd, aber es dann schon besser ist. Eine weitere Ursache kann sein, dass das Pferd Angst hat. Ich finde, das ist selten der Fall. Und wenn es Angst hat, das siehst du ja in seiner ganzen Körpersprache. Das ist dann nicht nur, dass es ein bisschen unruhig ist und herumgeht, sondern du siehst es in den Augen, du siehst es in den Ohren, du siehst es in der ganzen Körperhaltung. Also halte das im Kopf. Es kann eine Ursache sein, warum dein Pferd nicht ruhig bleibt, dass es Angst hat, aber eigentlich, finde ich, ist es relativ selten. Es kann natürlich sein, dass es gerade erschrocken ist, weil ein großer Lastwagen vorbeigefahren ist oder irgendetwas gefallen ist. Aber dann ist es dieser eine Tag, wo es unruhig ist beim Putzen und nicht immer. Was aber sein kann, ist, dass es ein Trauma mit sich trägt und dass er sich wegen einem Trauma losreißen will. Das ist ein Pferd, das bindest du an und auf einmal beginnt es nach hinten zu reißen mit voller Kraft, bis der Halfter reißt oder das Seil reißt oder da, wo es angebunden ist oder irgendetwas passiert. Das kommt sehr oft von einem Trauma, als es noch Fohlen war. Man muss einem Pferd ja beibringen, angebunden zu sein und dass das keine Gefahr ist. Dein Pferd ist ein Fluchttier. Wenn es gefangen ist, kann diese Angst hochkommen, dass es nicht flüchten kann. Und darum einem Fohlen muss man sich Zeit nehmen, ihm beizubringen, angebunden zu sein. Und leider oft nimmt man sich die Zeit nicht dafür. Und es wird einfach fest gebunden und dann kommt das wirklich in Angst, weil es nicht loskommt. und dann hast du schon ein Trauma installiert. Also das ist wirklich für die Pferde, die sich so losreißen, richtig. Sehr, sehr oft ein Trauma aus der Kindheit, sage ich mal, aus dem Fohlenalter. Und da wirklich das Einzige, was du da machen kannst, ist Traumaheilung. Also reines Training wird dafür nicht genug sein. Dann ist auch interessant, was ich immer wieder beobachte, weiss dein Pferd überhaupt, dass es da ruhig stehen bleiben soll, die Zeit, wo du es putzt? Oder hast du ihm vielleicht auch unbewusst beigebracht, sich zu bewegen und nach vorne zu gehen und nach hinten und hier und da? Da beobachte dich mal, wie reagierst du, wenn dein Pferd sich da bewegt? Redest du dann mehr mit ihm, versuchst es dann mit Futterbelohnungen irgendwie ruhig zu halten, bekommst es dann noch extra Streichel-Einheiten, damit es ruhiger wird? Also schau, ob du es eigentlich nicht bestätigst darin, dass es unruhig ist, also dass es sich herumbewegt, in der Zeit, wo du es putzen willst. Und mach dich nicht leichter durch, wenn du das findest, dass du es tatsächlich bestätigt hast, das kommt immer vor, solche Sachen. Da passt man einfach nicht so auf. Das sind so kleine, ja, so ganz kleine Sachen, die sich irgendwie so reinschleichen, komplett unbewusst. Und auf einmal hat man dem Hund beigebracht, dass er eigentlich bellen soll. Man hat der Katze beigebracht, dass sie in der Nacht uns rufen soll. Man hat dem Pferd beigebracht, er soll sich bewegen, wenn man es putzt. Und da ist einfach nur, beobachte dich, beobachte dich in der Situation, lass vielleicht jemand von außen, einen Freund oder so, dich beobachten, wie du reagierst, wenn dein Pferd da unruhig wird und sich bewegt. Lobst du es dafür, auch wenn es für dich nicht als Lob gemeint ist, aber beim Pferd als Lob ankommt? Oder lobst du es ihr, wenn es ruhig ist? Dann finde ich ein bisschen tiefer gehender Punkt. Da sind wir nicht mehr so an der Oberfläche. Hast du deinem Pferd dann auch beigebracht, dass dieses Putzen angenehm ist für dein Pferd? Ich sehe es sehr oft, besonders in Reitstellen, wo das Pferd eigentlich nur geputzt wird, damit man danach den Sattel rauftun kann, ohne dass das Wunden macht. Aber diese Zeit, diese halbe Stunde, die du da mit deinem Pferd verbringst, das zu putzen, das soll eigentlich eine wunderschöne, sehr angenehme Zeit für dich und für dein Pferd sein. Und wenn du die Pferde in der Natur beobachtest, es sind ja nur sehr enge Freunde, so Pferdefreunde, die zusammenkommen und sich gegenseitig kraulen und eigentlich putzen. Es sind nur sehr enge Freunde, die das machen. Es ist ein sehr wichtiger Bestandteil ihres Soziallebens. Und das ist, was du eben auch mit deinem Pferd haben willst. Es ist nicht nur das Putzen, damit das sauber ist, sondern geh dieses Putzen auch mit einer ganz neuen Intention ein. Das ist, damit ihr beide eine wunderschöne Zeit gemeinsam verbringt, eine sehr angenehme Zeit gemeinsam verbringt. Und dann redest du bitte nicht mit der Nachbarin, du redest bitte nicht am Telefon, du hast bitte nicht deine Musik an und singst dazu, sondern du bist jetzt 100 Prozent bei deinem Pferd und du genießt beide diese Zeit vom Putzen. Also ich sehe wenig Leute, die das wirklich genießen. Man hat immer im Kopf, ich muss jetzt putzen, damit das sauber ist. Nein, da ist mehr dahinter. Das ist sozial gesehen ein sehr wichtiger Bestandteil der Beziehung zwischen zwei Pferden und eben auch zwischen Pferd und Mensch. Und dann kannst du eben, was auch ein bisschen damit zusammenhängt, schauen, wie ernst nimmst du eigentlich diese ganze Situation. Und das ist, wie ich dir gesagt habe, es soll für dich ernst genug sein. Du lässt dich nicht ablenken von dem, was rundherum ist. Du weißt, es ist wertvolle Zeit, die du gerade mit deinem Tier verbringen kannst. Und du darfst es auch ernst nehmen, dass dein Pferd da ruhig stehen soll. Weil erst, wenn es ruhig steht, kann es auch lernen, diese Putzphase voll und ganz zu genießen. Also ein bisschen ein Training ist natürlich auch dahinter, aber du darfst das auch ernst nehmen. Du weißt, du darfst wissen, wie wichtig das für dein Pferd ist, für eure Beziehung ist und auch wie wichtig es ist, dass das Pferd einfach ruhig steht. Weil sobald es sich bewegt, ist Unruhe da. Ein Pferd, das ruhig steht, freiwillig, nicht gezwungen, auch nicht wegen Angst vor Bestrafung. Also ein Pferd, das von sich aus ruhig steht, ist im Genießen. Das lässt los. Das genießt komplett den Moment. und darum ist es auch wichtig, dieses Thema anzugehen, dass das Pferd ruhig steht beim Putzen. Aber eben nicht gezwungen, sondern von sich aus. Dann darfst du dir auch noch bei dir anschauen, wie bist du drauf, wenn du dein Pferd da putzt. Bist du selbst nervös? Bist du selbst unruhig? Ist das etwas, das du nicht machen willst? Wo du einfach nur drängst, es kommt jetzt endlich als nächste Phase, dass ich dann reiten kann und das Pferd wieder auf die Wiese stelle oder was auch immer. Oder eben, wie schon gesagt, wenn du nicht ganz bei der Sache bist und dann nebenbei noch tausend andere Sachen machst, dann wird es nicht gehen. Dein Pferd achtet ganz genau auf deine Ausstrahlung, achtet ganz genau, wie du dich bewegst, was du sagst, was du fühlst, was in dir vorgeht, all deine inneren Bilder und dementsprechend reagiert es. Wenn du willst, dass dein Pferd ruhig ist und sich entspannt und die Zeit mit dir genießt, dann musst du das selbst auch so fühlen. Anders ist es nur, das Pferd ruhig stellen, es zwingen, sich nicht zu bewegen und ich hoffe, das ist nicht, was du erreichen willst, sonst bist du bei mir ziemlich falsch. Das ist überhaupt nicht, wie ich es angehe. Und als letzter Punkt würde ich eben noch einen Schritt tiefer gehen. Vielleicht geht das auch, das ist halt das Ganze, was mit Spiegelverhalten zu tun hat, warum hast du jetzt ein Pferd, das nicht ruhig bleibt beim Putzen und so weiter. Und das ist immer auch eine Komponente von dir mit drin. Und da würde ich zum Beispiel mir die Frage stellen, nehme ich mir dann Zeit, um so ganz einfache Sachen zu genießen? Nehme ich mir Zeit, um mit Freunden einfach nur so herumzuhängen oder bin ich immer getrieben, etwas zu tun, mit Freunden oder auch mit mir selbst? Und du darfst hier mit dieser ganzen Situation auch lernen, eigentlich dich auf eine Sache, eigentlich eine monotone Sache, zu konzentrieren und das zu genießen. Du fährst es einfach mit der Bürste über dieses Pferd. Du beginnst vorne und dann langsam nach hinten, auch so ein Schema, wenn du es putzt und du konzentrierst dich voll und ganz darauf, ohne an tausend andere Sachen zu denken. Das ist etwas, das du lernst mit einem Pferd, das so unruhig ist beim Putzen. Und dann würde ich mir auch die Frage stellen, was löst das dann in mir aus? Zu sehen, ich will mein Pferd da putzen und es ist nervös, es geht herum und es dreht sich. Was löst das in mir aus? Und das ist wirklich, da reicht es, es ist ein Seelenvertrag, warum hast du genau dieses Pferd bekommen mit diesem Verhalten? Was darfst du daraus lernen? Worauf will dein Tier dich da aufmerksam machen? Das ist eine Frage, die einfach so im Kopf drehen kann und irgendwann findest du deine Antwort und vor allem, indem du diese Frage schon mal im Kopf hast, wandert sich die Energie, kann schon Heilung geschehen bei dir und bei deinem Pferd und das Verhalten vom Pferd kann sich dann schon ändern. Genau, das waren jetzt mal einige Gründe, ich glaube, das waren jetzt mehr als zehn, ich wollte immer genau zehn Gründe haben, ich glaube, das waren jetzt ein bisschen mehr als zehn, aber eben die häufigen Ursachen, die dazu führen können, dass dein Pferd beim Putzen nicht ruhig stehen bleibt. Es gibt natürlich auch andere, ich kann nicht alle aufzählen, aber das sind immer die häufigsten und jetzt bist du halt dran, dir die Frage zu stellen, was trifft denn bei meinem Pferd zu? Wenn du es nicht von alleine heraus findest, frag irgendjemanden im Stall, der auch ein Pferd hat, er soll euch einfach mal beobachten, er soll mal seine Meinung sagen, fühl immerhin nein, was er sagt, fühlt er sich für dich stimmig an, ja oder nein, weil der hat ja auch nur seine Sichtweise, aber übernimm dir wirklich Zeit herauszufinden, warum dein Pferd beim Putzen nicht ruhig stehen bleibt. trainiere es nicht sofort weg, sondern frag dich, was ist die Ursache dahinter und so wirst du wirklich die Beziehung mit deinem Pferd dann auch wunderschön aufbauen beziehungsweise vertiefen können. Ich hoffe, ich konnte dir hiermit neue Impulse geben und ich freue mich dann auf das nächste Video. Alles, alles Liebe und bis bald.